Hi Leute! Hi Leute! Was geht? Ich bin Chris und mit dabei ist Shomba! Was geht? Heute ist der Skin von Shomba. Guck mal, der sieht richtig nice aus. Hier, guck, da ist er. Alter, wie die alle auf mich zurennen. Aber, was? Mach mal den Kopf so nach unten, Shomba. So. Alter, nice, wie die alle gucken. Aber guck mal, da sieht man deine Haut. Sein Skin ist wahrscheinlich, der sieht richtig krass aus, Madame. Alter, jetzt nervt mich. Ja, die anderen. Dieser Affe brennt mir immer hinterher. Guck mal, dieser hier. Hey, Affe! Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, dieser hier. Hey! More prayers. Der sieht voll, oh mein Gott, guck mal, wie heiß der aussieht hier. Der da? Ja. Ja, schon weiß. Ähm. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Wir müssen gucken, welches Team wir sind. Hm. Welches Team bist du? Welches Team bist du? Gelb. Ich bin Team Grün. Okay. Wollen wir Team? Wie Team? Einfach Team. Person. Oder gegeneinander. Lass uns gegeneinander. Ah. Okay. Mal gucken, ob du meine Nachbar bist. Warte. Da ist die andere. So. Ich guck mal, ob du meine Nachbar bist. Wo ist Geld? Ah. Ach. Das ist die andere. Ich seh. Ich seh dein. Dings. Ich seh dein. Dein Haus. Boast du dich rüber? Vielleicht. Scheiße. Guck mal. Ich muss schnell was tun. Shit, ich hab nichts. Oh. 40 Eisen. Komm. Mach. Schnell. 40. 42. Da kommt ein Team-Mate von mir mit. Guck mal. Shit. Siehst du es? Nein, er baut sich auf. Scheiße! Nein! Ich muss schnell abwehren. Schnell, 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 schnell. Mein Deck wurde zerstört. Ja! Ah! Ich seh dich, Tromba. Nein! Mein Bett wurde einfach abgebaut. Vielleicht verliere ich wahrscheinlich. Nein, der Team-Mate von mir nervt. Ja, das ist doch gut so. Mann, wir werden bestimmt verlieren. Der Team-Mate von mir nervt mich wirklich richtig. Aber ich will ja euer Bett aufbauen. Nein, das kriegst du nicht hin. Mann, jetzt komm, ich brauch sieben Gold. Kein Eisen. Mann, der nervt. Komm schon, ich hab fünf Gold gerade mal. Bisschen Gold. Ja. Ich hab grad ein Team-Mate von mir gekillt. Nein. Nein. Er weiß jetzt aber, wo ich bin. Komm schon, ich brauch ein Gold. Nein, du bist hier. Komm schon, du bist hier. Ah, du bist hier. Yes. Wir haben nicht alle gekillt zusammen. Du bist halt auch voll im Test. Ja, aber ich hab hier im Bett. Und in der Bett nützt es halt nichts. Du kannst, du hättest dir eine Eisenrüstung holen können, aber ab. Der ist ein Team-Mate. Ah, nee, nicht der Team-Mate. Ich teleport mich mal zu mir und guck, was die so machen. Jetzt helf ich dir und Speck. Äh, okay? Okay. Soll ich dir jetzt helfen? Ja. Also wenn jemand kommt, sag ich es dir. Okay? Ja. Ich brauch zwölf Gold. Also der Team-Mate geht grad zur Mitte. Hä? Ja. Ich brauch nicht mehr. Aber sonst ist unser Bett auch abgebaut. Oh, der ist abgelaut. Ah. Was? Von blau? Ja. Oh. Du kannst dir, wenn du ein Gold hast, eine Eisenrüstung kaufen. Hast du schon eine, oder? Ich will mir jetzt eine holen. Hast du so viel? Ja, hast du. Okay. Oh. Das ist ein blauer. Pass auf, pass auf. Ach, da muss ich rein. Nein. Oh, nein. Ich hatte so gute Sachen. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Nein. Lass noch eine Runde spielen. Yo, guck mal. Das hab ich ja noch nie gesehen. Spiel ist vorbei. Was hast du gesehen? So ein Ding. Da hinten sind den Tower da. Ah ja, das ist in der Map so. Ähm. In welcher? Guck mal, in welcher Lobby bist du? Du bist jetzt Level 1 im Battle. Das war's mit dem Video. Tschüss. 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 Vielen Dank.